Geht? Ich hab auch gar keine Idee. Ja, es ist ja auch kein Druck. Erst wenn die Hälfte fertig ist, zur Zeit runter. Geiles Thema. Mal sehen, ob das jemand erkennt. Ach du Scheiße. Okay. What the heck? Oh Gott. Ich weiß gerade nicht, wie Benni aussieht. Mach jemanden im Zebra-Jumpsuit, dann wird das schon. Dann passt das schon. Ich kann keine Boobs malen. What the fuck? Ich versuche jetzt das fünfte Mal Boobs zu malen. Ich krieg's nicht hin. Ich bin scheiße da drin. Müsst damit leben. Von der Seite. Von der Seite. Ich bin mal gespannt, ob das Boobs hier mal zu mir durchkommt. Keine Ahnung, ob das jemand versteht, was ich hier tue. Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Zeit zum Dinge zeichnen. Also es wird auf jeden Fall ewig dauern jetzt. Sag's doch. Mit ein bisschen Zeitdruck finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Weiß nicht, was ihr habt. Mal sehen, ob das jemand versteht. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Ich hab Lumi nach mir. Dann weiß ich jetzt schon, wie ich schreiben muss. Was steck ich da in was rein? Du steckst gar nix irgendwo rein. Leute, ihr wisst schon, dass das kinderfreundlicher Stream ist, oder? Was ist denn das für ein Wort, Leute? Wer spricht hier so'n wundervolles Englisch? Ah, sorry. Mh-mh. 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 Meines kann man falsch verstehen, wenn man nicht Ostern im Kopf hat. Mh-mh. 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 Das denk ich mir auch grad so, wer das malen muss, have fun! Ich muss es zum Glück nicht malen, mir ist das ja egal! Oh, ein Träumchen! Ein Träumchen! Das ist einfach absolute Katastrophe! Das wird super, sorry schon mal! Absolute Katastrophe! Oh nein! Du musst schneller tippen! Shit! Könnt ihr mal aufhören über traurige Osterhafen was zu machen, ey? Man ist das sad! Spukt es! Ja, muss reichen! Oh nein, mach gut! Ich hab schon drüber nachgedacht! Doch, doch, ich bin dann schon fertig! Da ist das nächste auch fertig, schon drei... Ja, noch zwei fertig und dann geht sich Zeit los! Ey, ey, shit man! Keine Ahnung, ob man das irgendwie erkennt, ich glaub nicht! Also auf jeden Fall macht das schon mal mehr Spaß für den Moment als... äh, CK3! Du bist gemein, nur weil du mit CK3 noch nicht durchblickst! Ich, ich blick bei solchen Spielen halt nie durch! Klar, das hab ich mal angefangen, aber nie wirklich kapiert! Ja... What? Was? Und genau das... weiß ich doch! Sorry, wer auch mal jetzt grad mein Bild hat... Ich hab keine Ahnung, wie ich's malen sollte! Boah! Also wer mein Bild hat, tut mir leid! Boah! Das passt! Bin fertig! Ich hab Schönes bekommen diesmal! Da ging was nach links, was im Spiegelbild nach rechts geht! Was? Was? Irgendwie fehlt hier die zweite Person! Das ist ja noch ein Wort! Ne, wir hatten gerade was mit Patrick geschrieben! Da fehlt eine zweite Person! Ich weiß... Ich weiß, was du hast! Ich hab keine... Ich hab keine Zeit mehr! Ich hab keine... Ah, da fehlt auch nicht die zweite Person! Das wird sowas von geil! Ich hab keinen Plan! Wie er sich freut! Felix freut sich über sowas! Wenn er weiß, dass andere Leute Scheiße malen müssen, da freut sich Felix total! Danke Felix! Das heißt nicht mehr Danke mehr, ich sag einfach Danke Felix! Ey, der ist voll gemeldet! Aber du findest es lustig! Scheiße, ey! Ich kann einfach nie zeichnen! Das ist der Grund, warum ich in Kunst ne 3 oder so hatte! Ich hatte eine 5! Meins ist auch eindeutig! Meins ist auch eindeutig! Wer das nicht erkennt, der hat einfach keine Ahnung von Popkultur! What? Justin Bieber? Genau! Justin Bieber hab ich gezeigt, wenn ich von Patrick rede! Ready Player One! Ich weiß genau, was du gekriegt hast, aber ich weiß nicht, was ich vergessen hab! Wenn ich nicht fertig drücke, wird das Bild dann trotzdem abgeschickt? Ja, ne? Ja! Cool! Das sieht einfach aus! What the fuck! Was? Ähm... Ich bin in Mathe nicht so... Ach, das ist jetzt ungleich! Okay! Wie schreibt man den? Den schreibt man doch nicht so! Moment! Äh! Jetzt nicht mehr! Ach so! Jesus rollt den Stein vor seinem Grab weg! Oh Leute! Das ist Ostern! Das ist ja wohl mal Ostern! Ich hab's falsch rum gemalt! So wär man daran glaubt! Mit Ostern zu spielen! Mit Ostern zu spielen! Und zu Ostern, Mann! Das ist ein bisschen falsch rumgefunden! Römer rollt Stein auf Holzkreuz! Jaaa! Jaaa! Versteh ich! Das ist geil! Das ist richtig geil! Das war immer super! Ritter wirft Stein vor den Abhang auf ein Kreuz! Was waren die... Was waren die Slash-Slash eigentlich? Wir sind da, weil ich nicht ab und an mutee! Mir ist nicht aufgefallen, dass ich sie da auch reintippe! Das ist mein Hobby! Das ist aber ein sehr süßer Stein geworden! Ich hab doch gerade erst gegessen, Leute! Das geht nicht! Also ich bin Sprung am besten heute! Das geht super! Ich bin so ein Kleine! Ich bin so ein Kleine, ich bin so ein Capcom-Sprung! Ich war komplett verplex, ich bekomm einen Sprung! Was soll ich tun? Alter, Mann! Ohhhh! Ich bin so ein! Benni hat Hasenohren auf und liebt sein Spiegelbild! Ohhhh neeeee! Woher hat man das raus geworden ist? Ich weiß auch wo das hingeht! Ich weiß auch wo das hingeht! Ich bin so gespotlich! Aber das kommt schon ungefähr hin! Der Bauch ist ein bisschen dick im Spiegel, ansonsten kommt es hin! ich kenne selbst beneissen benni hat hasenohren aufsteht und capcom hat ignoriert und eisernohren rausgemacht nee zebra jumpsuit einhorn sieht sich selbst im spiel und da war das da war das horden im spiegel rechts und das davor links spiegel verkehrt ist aber trotzdem die gleiche richtung gespiegelt in spiel aber gerafft sieben jahre maler wusste ich nicht es sollte halt alt sein wie spinnweben aber ich habe es nicht gemalt die booms sind wichtig die booms sind wichtig aber nur wie kommt wieder blaue haare der osterhase trägt corona von tür zu gott was würden da draus das ist ich richtig gut Oh, na ja. Aber man kennt das nicht. Ach, das gibt es Corona-Virus weiter? Oh! Message bleibt? Ist das ausgebildet? Hörst du auch so? Was? Oh, das ist echt cool. Ich brauche einen Taschentum. Ach, das war Kohlen! Ach, das war Kohlen! Why, bro, why? Ach, scheiße, das ist ein Kohle. Ich brauche einen Taschentum. Ach, das war Kohlen! Ich brauche eine Taschentum. Jetzt hat er mich nicht verstanden. Das war so gut! Ah, das ist... Hm, okay. Okay. Konsumiert! Hier kommt die eloquenten Worte heraus. Sönne, das mäßig aber... Oh, Gott! Nice! Das ist eigentlich Spongebob. Patrick Star frisst Spongebob und Ananas. Ja. Und das kam... Das kam zu mir! Ich so, what the fuck? Ja, aber... Das hat sie gut gemacht. What the fuck? Ja! Hier wird gebrowed. Patrick will leckere ganze Ananas geben. Wer fehlt... Ja! Und... Nubi, da fehlt mir irgendwie, wer der zweite ist. Das hat abgebrochen, aber... Ich dachte, ihm wird einer gegeben oder sowas. Ich dachte, er hat es einfach vorgeschrieben. Stimmt, der hat sie eine Hose. Da kommt eine Ananas und das trage. Ja, Patrick Star, da hat sie gut durchgezogen. Und Ananas auch. Ja. Schön. Die Ananas auch im Wort Spongebob stand ja am Anfang gar nicht dabei. Ja. Das ging ziemlich gut. Ich hab lange nicht mehr so schön gelacht. Jesus beim Fallschirm... Oh, Gott! Oh, Gott! Oh, Gott! Ah, lol! Direkt ins Kreuz rein. Jesus springt mit Fallschirm vom Himmel und landet am Kopf. Ich weiß nicht, was ich gezeichnet habe. Das ist nicht so. Wie gut. Und landet am Kreuz? What? Jesus am Paragliding sein. Das hab ich bekommen, stimmt. Am Paragliding sein. Ist auch schön. Oh, ich glaub ich hab's mit dem Paragliding nicht richtig verstanden. Kreuz fliegt gegen Fallschirm. Oh, Gott! 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 Wo der F hat sei krass. Oh! Ja mit Zeichentepplis. Der Paraglider hat nicht funktioniert bei mir! Oh! Oh, ich war es einfach. Oh! Das A-Fax ist das. Oh! Oh! und fährt reitet auf einem menschen was wird daraus sollte ein pferd sein ja okay ja das erkennt man glaube ich zu gut ist natürlich blöd so was hat die uns gegeben es hält sich zumindest relativ lang das habe ich bekommen ja das problem nicht du kriegst ganze sache von mir ein schwein ostereier und ein weihnachtsbaum schweineröste röcher ja ja